einen wunderschönen sonntag vormittag mittag oder abend heute ist jedenfalls der 22 dezember und ich habe mitgebracht den go big or go home shoulder pot g2 ich weiß was ihr denkt der wirkt monströs und nicht nur auf den bildern sondern auch in real life es ist eine kameraklemme was ein total unpassender begriff für dieses monster ist es ist eine stativhalterung würde man besser sagen für telefone für alle telefone die stellt man richtig fest und dann lässt sich das ding hier wirklich nicht raus bringen nicht bewegen und das ist genau der anwendungsfall den man haben möchte wenn man zubehör hier rundherum anbringen möchte lichter und mikrofone wo das auf einen stativ stellen mag entweder so rum oder so rum das ding kommt aus spanien aus barcelona aber es ist nicht für den typischen touristen gedacht der diese 400 gramm die das wiegt mal ebenso in seine reisetasche wirft sondern für ganz ernsthaft gesprochen so für den journalisten oder für den filmemacher der all diese features auch nutzen kann das ganze steht von alleine was ich ein sehr nettes detail finde diese klemme ist ja sie ist monströs aber es ist halt der sinn und zweck von dem ganzen ich bin begeistert davon wirklich ich falle auch sehr in diese zielgruppe aber ich mag sehr das ist der shoulder pot g2 ich wünsche euch einen schönen sonntag noch und wir sehen uns morgen schon wieder